einen schönen guten tag meine damen und herren ich freue mich sehr dass sie sich wieder rein geklickt haben zu uns dieses ist eine neue ausgabe von nachtvorlesung nachgefragt und ich freue mich sehr dass sie mit dabei sind unser thema heute moderne verfahren zur brustrekonstruktion nach brustkrebs ich begrüße ganz herzlich wie immer ein fachkundigen studiogast bei mir herzlich willkommen an dieser stelle an dr jörg elsner den leitenden arzt der plastischen rekonstruktiven brust und der handchirurgie in der asklepios klinik st georg schön dass sie da sind dankeschön herr dr es mal wie viele frauen erkranken eigentlich jährlich bei uns an brustkrebs nur dass wir einmal uns so ein bild über die verbreitung von brustkrebs erstmal machen können es ist eigentlich unter der weiblichen bevölkerung der am häufigsten verbreitete krebs es trifft jede zehnte frau in deutschland das beinhaltet schon dass es eine sehr weit verbreitete und auch für die frauen sehr belastende erkrankung ist die heute in deutschland von sehr vorgeht moderne operationsverfahren haben es ja im heutzutage sage ich mal möglich gemacht dass sehr sehr häufig zum glück die brust die betroffene brust erhalten werden kann dennoch gibt es natürlich immer wieder fälle wo das ganze leider nicht funktioniert und man die brust der frau abnehmen muss sie haben sie eben schon angesprochen das wort er belastend wie muss man sich ja die gefühlswelt der frau vorstellen wenn eine brust abgenommen wird es ist ja doch bestimmt weitaus mehr als einfach ein körperteil das dann fehlt oder wenn ich da vielleicht ganz kurz auch geschichtlich ausholen darf es ist so dass im endeffekt bis vor 100 jahren eigentlich das eine sehr radikale operation war das wurde damals nicht nur die brust sondern es wurden auch die angrenzenden anatomischen strukturen mit entfernt das bedeutet im endeffekt der brustmuskel die gesamten lymphgefäße vom arm und das hat wenn sie bedenken auch der brustmuskel macht zum beispiel die vordere axilar linie definiert er wenn er fehlt war das ein eingefallener arm durch die entfernung der lymphknoten war es so dass die lymphe nicht richtig abschließen konnte das hieß es kam zu monströs geschwollenen armen die sehr schmerzhaft waren es kam zu wundheilungsstörungen also es war sehr sehr belastend das war eine sehr radikale operation weil man sehr lange das motto vertrat viel hilft viel und dementsprechend wenn man viel abnahm hatte man das gefühl man hat den krebs im griff in den 60er jahren des letzten jahrhunderts kam dann eine modifikation wenn man so möchte es hat sich dann durch studien gezeigt dass so radikal nicht unbedingt mehr hilft als wenn man es so genannt modifiziert die brust abnimmt das heißt man hat jetzt den brustmuskel belassen und man hat auch nur ungefähr zwei drittel der lymphknoten entfernt und das hat eine enorme qualitätsverbesserung für die postoperative versorgung und das leben der patientinnen nach sich gebracht dann kam im endeffekt auch im gegen ende des letzten jahrhunderts neue studien die gezeigt haben wenn man gewissen brustkrebs hat also eine gewisse wie soll man sagen struktur eine gewisse größe und eine gewisse art der des brustkrebses der sich nach dem zellartypen definiert ist wenn man eine brusterhalten operation macht und eine nachträgliche bestrahlung durchführt der gleiche onkologische gewinn zu erzielen also wenn sie die brust abnehmen würden das heißt man hat heute wirklich sehr definierte kriterien die sagen brusterhaltend oder es muss doch zu einer brustabnahme kommen und das wird immer in einer sogenannten sinologischen fallkonferenz wo verschiedenste disziplinen zusammenarbeiten beschlossen das ist also ein pathologe ein plastischer chirurg ein gynäkologe ein strahlentherapeut und die alle zusammen dann den einzelfall besprechen nach tumor art nach tumor größe nach lymphknotenbefall etc und dann beschließen was zu tun ist und dementsprechend natürlich dann auch das den patienten empfehlen wir wollen uns heute ja insbesondere damit beschäftigen welche sehr sehr ausgereiften und tollen möglichkeiten sie als ärzte heutzutage haben wenn die brust rekonstruiert werden soll ich würde gerne zu anfang einfach dass man so einen kleinen überblick hat auch als laihe womöglich von ihnen wissen was braucht man dafür alles um die brust zu rekonstruieren also im endeffekt braucht man heute eigentlich natürlich eine apparativen ausstattung das bedeutet es muss ein spezielles krankenhaus sein was über die gewissen voraussetzungen verfügt daneben natürlich die fachliche kompetenz also auch ärzte schwestern die medizinisches hilfspersonal die das können und dann muss man natürlich sagen je nachdem was man durchführt eigentlich nur den patienten aber sie brauchen ja sicherlich einige körpereigene stoffe auch eben um die brust zu rekonstruieren wie sie sich das heutzutage vorstellen richtig also man muss dazu vielleicht kurz erläutern sagen bis vor circa 20 jahren gab es die sogenannte mikrochirurgie nicht diese mikrochirurgie bedeutet dass sie gewebe mit einem kleinen definierten blutgefäß was dieses definierte gewebe mit blut versorgt an eine andere körperstelle transponieren können und dort an ein blutgefäß anschließen können das ist eine sehr neue technik da braucht man ein mikroskop für das ist auch von der von der ausbildung der chirurgen sehr begrenzt weil das eine sehr spezielle chirurgie bedeutet wenn man das nicht macht es gibt daneben die klassischen die konservativen oder konservativeren methoden wie zum beispiel einen expander oder auch gewebe vom rücken einzuschlagen nach vorne zum um die brust aufzubauen da brauchen sie dann die entsprechenden hilfsmittel wie zum beispiel ein implantat oder ein expander das ist in der industriell gefertigt als großserienprodukte gibt die mikrochirurgie das ist ja die technik die sie auch sehr gerne an was können sie uns dazu sagen wie funktioniert so ein eingriff also das ist im endeffekt in meinen augen heute das modernste was man der frau anbieten kann weil es sehr sehr viele positive eigenschaften in sich vereint es ist ein körpereigenes gewebe das heißt es altert mit dem körper der patientin es fühlt sich an wie eigenes gewebe bei implantaten hat man ein fremdkörpergefühl es kann auch fremdkörperreaktionen des patienten geben bzw der patientin geben daneben ist es auch so dass sie wärme die ganzen dinge die halt bei der natürlichen gewebe des eigenen körpers eine rolle spielen unmittelbar spüren weil man eigenes gewebe verwendet man muss allerdings auch sagen dass eine sehr aufwendige methode ist und wir haben heute verschiedene körperregionen die wir für den brustaufbau verwenden können der sogenannte goldstand das nennt goldstandard das nennen wir so was man am besten machen kann was am häufigsten und sinnvollsten auch für die meisten patienten ist das ist der sogenannte die platten da wird ein gewebe aus dem bauchraum genommen also die patientin muss ein bisschen kräftig sein also ganz schlanke patienten dafür leider nicht geeignet und dann kann man dieses gewebe unter dem mikroskop eine brustwandarterie anschließen so dass es dadurch blutet wird und das blut auch wieder abfließen kann das ist im endeffekt das ästhetisch und haptisch schönste ergebnis was wir heute erreichen können und man hat nebenbei auch einen schönen straffungseffekt für die patientin wenn man eine bauchstraffung damit durchführt gibt es noch andere regionen ja es gibt also auch jetzt bei schlankeren patienten man muss natürlich auch mal die gesamtsituation betrachten ist das eine etwas kräftigerer patientin ist das eine schlanke patientin hat die etwas größere brüste hat sie kleine schlanke brüste und da stehen uns eigentlich verschiedene techniken zur verfügung eine andere sehr sehr elegante methode wie ich finde ist sie können hier aus dem beininnen raum eine haut insel mit dem darunter liegenden muskel nehmen und dann wird dieser muskel auch an die brustwand arterie angeschlossen und der hebe defekt nennen wir das das heißt das wo das gewebe entnommen wird ist kaum sichtbar weil er in der bikini zone verschwindet das ist eigentlich für sehr schlanke patientinnen der vorteil der nachteil ist dass sie mit dieser technik eigentlich keine größere körbchengröße als b hinbekommen das heißt für patientinnen die auf der anderen seite ein c körbchen haben muss man dann entweder eine straffungsoperation also eine verkleinerung durchführen oder halt eine andere technik durchführen eine weitere vielleicht noch kurz zur ergänzung ist es gibt auch die möglichkeit dass man gewebe von der gesäß unter falte nimmt das ist auch vom hebedefekt sehr elegant weil es genau in der gesäßfalte die narbe verschwindet und dieses gewebe kann man auch zur brustrekonstruktion verwenden also sehen wir haben da heute eine vielzahl an techniken und möglichkeiten die wirklich individuell der patientin gerecht werden und wo man individuell mit der patientin eine lösung finden kann mich würde mal interessieren wie die frauen tatsächlich erst mal auf dieses angebot reagieren gewebe aus einer anderen körperregion eben im brustbereich zu etablieren sage ich mal und wie groß auch womöglich hoffentlich die freude ist wenn so ein eingriff dann gelungen ist es ist einfach für mich nach wie vor so unbegreiflich was man heutzutage chirurgisch einfach machen kann dass man gewebe von völlig woanders nimmt und es ist dann ein ein super ergebnis am ende also man in der tatsache diese technik hat die chirurgie oder die plastische chirurgie auch revolutioniert das ist überhaupt keine frage also da sind sich alle einig und das ist natürlich auch für uns chirurgen sehr schönes gefühl einer patientin damit helfen zu können patientinnen die brustkrebs haben es ist eine sehr emotionale erkrankung auch weil sie viel auch mit dem selbstwertgefühl der frau zu tun hat und auch wie die frau sich definiert und sich als frau auch fühlt und dementsprechend hat sie auch zu ihrem chirurgen eine oft sehr sehr enge bindung man muss auch sagen dass natürlich auch diese eine operation meistens nicht die letzte war weil dann zum beispiel auch die brustwarze oder der brustvorhof ja auch noch neu rekonstruiert werden müssen nach einer brustabnahme und das bedeutet dass dieser weg wir sprechen hier von meistens drei monaten von der ersten bis zur letzten operation wirklich auch eine sehr enge beziehung und eine enge führung auch durch den chirurgen vollzogen wird so dass eigentlich auch eine enge interaktion mit der patientin besteht und man da eigentlich auch immer gerade wenn man diesen bereich tätig ist schon auch nur für die sorgen und nöte der patientin haben sollte was ist das operationsziel dass man einfach die brust der anderen brust in punkto symmetrie natürlich so angleicht dass es wirklich so natürlich wie möglich aussieht und schrägstrich dass man auch wirklich die frau zufrieden stellen kann was ist ihr persönliches ziel dabei beides also das ist glaube ich trember voneinander verbunden man möchte natürlich ein möglichst ästhetisch perfektes ergebnis für die patientin bekommen damit sie sich auch in ihrem körper wieder wohl fühlt wir haben ja oft patienten die jetzt bestrahlt wurden die chemotherapie hinter sich haben die also auch sehr viel belastende therapien über sich haben ergehen lassen und im endeffekt dann die möglichkeit haben sich wieder auch als vollwertige frau zu fühlen und das ist eine sache die sie natürlich nur mit einer guten chirurgischen arbeit auch liefern können und dementsprechend sind wir da bemüht das zu gewährleisten so dass eigentlich das wirklich in meinen augen untrennbar miteinander verbunden ist warum ist es denn so dass zb die rekonstruktion der brustwarze in einer separaten operation erfolgen muss kann man das nicht alles in einem man kann es aber es ist so sie müssen sich das vorstellen es ist ja je nach brust relativ viel gewebe was sie transplantieren müssen und dieses gewebe ist jetzt noch nicht in einer endzustand man hat es selber vielleicht mal wenn sie sich auch mal geschnitten haben und eine narbe haben diese narbe verändert sich auch im laufe der nächsten wochen und man kann eigentlich immer sagen so nach drei sechs monaten ist das so ein vorläufiger endpunkt das heißt das gewebe hängt sich ein wenig aus die narben verändern sich das heißt auch wenn ich jetzt am anfang direkt eine brust war so ein brust vorhof rekonstruiere und den symmetrisch zur gegenseite mache im ersten schritt kann nach drei monaten das gewebe sich ein wenig gesenkt haben sich verbreitert haben es arbeitet einfach es wird ja vom körper angenommen und dann haben wir keine symmetrie mehr und das wollen wir vermeiden gerade weil wir das möglichst ästhetisch perfekte ergebnis haben möchten gehen wir hier wie wir das nennt zweizeitig vor und wie konstruieren sie brustwarze und den warzenhof genau da gibt es auch verschiedene techniken das möchte ich sie mit dem fachbegriff nicht unbedingt langweilen aber das haben ganz lustig wie star flap zum beispiel namen das heißt man nimmt gewebe was sie da haben und macht mit einigen chirurgischen tricks ähnlich wie ein kleeblatt umschneidet man das und schlägt schlägt dann diese einzelnen kleeblätter so ineinander dass man daraus zum beispiel einen nippel rekonstruiert und dann ist es so dass der körper zum beispiel in der leistengegend haut hat die relativ rötlich bräunlich ist und meiner frau fast identisch zum brustwarzen vorhof gewebe darstellt das heißt wir können etwas haut nehmen können das wenn punktuell noch nicht die perfekte farb koordination besteht das noch mit ähnlich wie ein tätowierer das noch mit farbe vorbehandeln dann wird das auf den körper aufgebracht zur einheilung gebracht und dann hat man eigentlich wirklich ein ergebnis was man nur auf den zweiten blick vom original unterscheiden kann also mehrere operationen haben wir eben zwei die erste wahrscheinlich die die umfangreichere weil es da um die eigentliche brust ja auch wirklich geht wir haben so viele vorteile so viele tolle sachen schon gehört ich würde aber dennoch gerne ein bisschen einordnen die risiken die bei so einer op dabei sind sie haben zwar gesagt mikrochirurgisch das ist alles sehr filigran mit mikroskop aber dennoch wahrscheinlich eine längere op dauer können können sie für uns mal so ein bisschen auch die heiklen sachen natürlich also das darf man auch nicht der patientin verheimlichen man muss ganz klar sagen das ist wenn man so möchte ein nachteil dieser modernen rekonstruktionsverfahren sie dauern länger und das risiko ist natürlich auch da und das risiko besteht darin es gibt allgemeine risiken die bei jeder operation eine rolle spielen entzündung kann passieren eine nachblutung kann passieren aber man muss ganz klar sagen bei dieser technik ist das dilemma diese mikroschirurgie funktioniert oder sie funktioniert nicht das heißt wenn sie nicht funktioniert wird dieser lappen wie wir das nennen diese transplantation vom körper nicht angenommen und das bedeutet ein totalverlust wenn sie so möchten der liegt in der literatur bei ungefähr drei bis vier prozent und das muss man den patienten ganz klar sagen und das können sie vorher in keinster weise sicherstellen dass es eben klappt oder auch nicht das kann man so dieses risiko müssen sich überlegen ist im rahmen aller anderen risiken auch die sie bei operationen haben also wenn sie jetzt auch in die literatur schauen die ganz normalen risiken kreislaufprobleme embolien wo es zur atemschwierigkeit kommen kann das differiert aber es ist alles so zwischen null und fünf prozent das heißt diese operation ist eigentlich wenn man so möchte im rahmen aber sie bedeutet sowohl für den chirurgen als auch für eine patientin eine doch extreme belastung wenn es nicht klappt denn diese operation dauert im schnitt sechs sieben stunden das ist also auch für den operateur eine hoch konzentrierte angelegenheit und da möchte man natürlich dass es klappt und es hängt glaube ich auch viel damit zu tun wie häufig man das tut wie das was von der klinik ist die damit routine auch hat dann ist sicherlich auch diese man muss das ja mal auf die ganze welt bezogen komplikationsrate noch geringer anzusiedeln aber wie überall im leben auch da gibt es keine absolute sicherheit es kann zum lappenverlust kommen das muss man den patienten vorher ganz ganz deutlich sagen und dann würde es im endeffekt bedeuten dass die brust nicht rekonstruiert ist sondern dass wenn wir zum beispiel von dem die plappen ausgehen nur eine bauchstrafung durchgeführt wurde aber wir haben dann immer noch reserve operationen in der hinterhand die dann dieses dilemma wenn sie sie möchten noch beheben können also gibt es da noch zur not andere möglichkeiten die brust doch noch wieder zumindest anzugleichen der anderen brust wie lange ist der zeitraum für eine frau die vielleicht den weg zu ihnen sucht sich nach so einer freien lappenplastik erkundigt und dem hoffentlich bestmöglichen endergebnis wie viele monate dauert es insgesamt also das ist sehr sehr unterschiedlich das muss man sagen hängt auch ein bisschen davon ab was die ursache war es gibt ja auch patienten die jetzt zum beispiel sich weil sie dieses berühmte brustgen haben und damit eine hohe prozentsatz an brustgebs zu erkranken schon prophylaktisch die brust abnehmen lassen das ist ein beispiel gibt andere wo man sagen kann da kann man direkt eine rekonstruktion machen das heißt brust abnehmen in einer sitzung aufbauen aber man muss auch ganz klar sagen das zählt für die meisten patienten nicht denn heute durch diese anfangs erwähnte sinologische fallkonferenz wo sich die experten zu diesem thema treffen ist es eigentlich so dass immer auch ein gewisses zeitfenster zwischen der brustabnahme und der rekonstruktion wir gehen darauf nicht von einer primären sprechen wir sondern von einer sekundären rekonstruktion und das sind im schnitt mehrere monate davon hängt es jetzt ab ob die patientin bestrahlt wird also ob zum beispiel lymphknoten gefallen sind und auch ob sie eine chemotherapie bekommt und dann hängt es natürlich auch ab was für ein zyklus sie an chemotherapie bekommt das ändert sich auch häufig und hängt auch sehr vom zelltypen des brustkrebses ursprünglichen brustkrebs ab aber im schnitt sprechen wir von ungefähr einem halben jahr plus minus ein paar wochen und monate wenn die operationen nennen die beiden dann einmal abgeschlossen sind ist es dann sozusagen alles fertig oder muss die frau danach regelmäßig vielleicht noch zur kontrolle kommen ist sie in irgendeiner weise beeinträchtigt oder ist die brust wirklich gefühlsmäßig funktionsmäßig auf dauer wirklich sehr das ist dann im endeffekt der endzustand es ist natürlich so dass man bei dieser erkrankung auch immer wieder daran denken muss dass es wieder auftreten kann auch auf der anderen brustseite aber auch an der brustwand kann es zu wieder tumoreinstrahlung kommen das kann auch oft nach jahren sein das heißt im endeffekt ist eine neue brust kein garant dafür dass es nicht erneut zu einer erkrankung kommen kann aber das risiko ist genauso hoch als wenn man nicht rekonstruiert hat sie also nicht schlechter und auch die und was ich damit sagen will ist dass die normalen nachsorge und nachsorgeuntersuchungen die natürlich fest mit dem gynäkologischen facharzt durchgeführt werden sollten die müssen definitiv weiter durchgeführt werden damit man auch wenn es zu irgendwelchen problemen oder rezidiven kommt man frühzeitig agieren kann aber ansonsten was das plastisch chirurgische angeht ist das damit abgeschlossen würden sie als fazit zum schluss sagen herr doktor elzner dass diese methode über die wir heute gesprochen haben wirklich heute das maß aller dinge ist absolut ganz guten und reinem gewissen kann man das sagen und es hat sich eigentlich auch mittlerweile weltweit durchgesetzt dass das die state of the art oder der gold standard ist dass man das den patienten auf jeden fall anbieten sollte wenn man dann individuell von dieser von diesem gold standard abstand nimmt und eine weniger aufwendige aber auch vielleicht weniger ästhetisch ansprechende lösung sucht ist das immer wieder im einzelfall definitiv auch möglich und auch sinnvoll aber wenn man das beste für die patientin möchte und die patientin auch das beste beste möchte ist das in meinen augen definitiv die beste lösung also die frau kann natürlich immer im endeffekt selber entscheiden aber dass sie so eine möglichkeit haben macht schon mal sehr viel hoffnung denke ich denke auch ich sehe mich da auch eher als als informierer der patientin die patientin muss das selber entscheiden sie muss von uns alle dinge die wir medizinisch sagen können mit vor und nachteilen zur hand bekommen dass sie im endeffekt dann aufgrund dieses wissens mit der familie mit sich selber mit ihrer emotion mit ihrem verständnis eine entscheidung treffen kann und dann machen wir das zusammen geben wir das an und führen das durch denn ich glaube auch für die frau allein auch aus psychologischer sicht ist die brust natürlich weit mehr bedeutungsvoller als so manches anderes körperteil wunderbar herr der es noch vielen dank dass sie heute da waren danke für die vielen informationen und bis bald vielleicht zu einem anderen thema dankeschön vielen dank auch an sie liebe zuschauer für ihr interesse wenn sie noch lust haben sich zu informieren über die ein oder andere erkrankung die sie vielleicht sonst noch interessiert dann empfehle ich ihnen wie immer ganz ganz wärmstens ein klick auf unsere homepage der link dazu der lautet www.asklepios.com schrägstrich nachtvorlesungen dort finden sie eine lange lange liste mit anderen sendungen vielleicht sehen wir uns also gleich schon wieder und ansonsten bleiben sie schön gesund und bis bald dann tschüss 10 18 18 22 23 23 28 23 Vielen Dank.